Wisst ihr, was toll ist? Im Montag gibt es ganz viele Spielplätze. Kommt mit! An der Mardachstraße gibt es eine Seilbahn. Und dann im Parotel. Und dabei wird mir nicht schlecht. Außerdem ein ganz neues Klettergerüst. Und eine Rutsche für die Babys. Dafür sind wir leider zu groß. Und echte Straßen mit Verkehrsschildern, Zebrastreifen und Kreisverkehr. Jetzt sind wir auf dem Piratenspielplatz. Hier gibt es ein Piratenschiff zum Klettern. Und ein Baumhaus mit Wackelbrücke. Und eine Sandkrake mit Wasserpumpe. Und noch viel mehr. Rund um das Schiff sind alle Spielsachen wie kleine Inseln. Auf der Monheimer Bürgerwiese gibt es eine mega lange Rutsche. Und ein Basketballfeld. Cageball. Und jede Menge Platz. Und ein Kletterei. Hier an der Breganza-Straße kann man cool klettern. In einem riesigen Baumhaus mit zwei Kletterbotten. Zwei Rutschen für kleinere Kinder. Einen Sandkran. Und eine Drehscheibe. Und eine Schaukelgondel. Auch ganz tolle Hütten für Kinder unter drei Jahre. Und Schaukeln extra für die Kleinen. Und viele Bänke für die Eltern. Und das Highlight unser Wasserspielplatz. Hier gibt es den Schelm-Turm als Klettergerüst. Und eine Tunnelrutsche. Ein riesen Klettergarten mit Hängebrücke. Und eine Seilbahn. Und direkt nebenan eine Skaterbahn für Skateboards und Scooter. Das war unser Überblick über einige tolle Spielplätze in Monheim am Rhein. Kommt raus und entdeckt sie alle. Alle Infos findet ihr unter www.monheim.de Psst, Monheim ist klasse. Die Klettergeruch ist quindi nicht so wert. Und wir gehen uns darauf. Und wir gehen. Wir fahren. Diesen Klettergeruch. Wir fahren. Wir fahren uns auf den Klettergeruch. Wir fahren.